Eine Kultmarke feiert Geburtstag. Der Süßwarenhersteller Haribo wird am 13. Dezember 100 Jahre alt. Wer kennt sie nicht? Die bunten Gummibärchen aus der goldumrahmten Tüte, die bei Haribo Goldbären heißen. Tagtäglich produziert Haribo davon 160 Millionen Stück. Den Grundstein für die heute fast jedem bekannte Kultmarke legte der Firmengründer Hans Riegel im Jahr 1920. Von einer Hinterhof-Waschküche aus entwickelte sich in den vergangenen 100 Jahren ein weltweit florierendes Familienunternehmen. Haribo ist heute Weltmarktführer für Fruchtgummi und Lakritz. Rund 7000 Mitarbeiter an 16 Standorten in 10 Ländern produzieren weltweit über 1000 verschiedene Produkte. Happy Birthday Haribo!